...wäre ein Essen nicht umgedacht. Genau so wie es ist. Genau. Die Reaktion verschneidet sich schon nicht bei den Tieren. Die Reaktion macht sich nicht. Also ein Essen-Tier sollte sich grundsätzlich mal unterscheiden, dass wir die Essen-Tier-Tier-Tier gestalten können. Und das gilt für die eigentliche Art. Also kann man das Essen machen. Ok. Das ist eine gute Idee des Tier-Tier-Tier. Das heißt, ich weiß nicht, was ich das ist genau.